Yes, Alter! Damit besiegen wir. So, Leute, jetzt mal ganz kurz, jetzt mal herzlich willkommen zum Stream. Wir sind hier mit Gini, Marlon, Merte, Fritte und meine Wenigkeit. Immer an, wer da sitzt und hat da Tomaten vergessen. Oh mein Gott, ja, ey. Wussten Sie das nur brauchen für nur... Habt ihr für bruschketter Tomaten? Habt ihr vergessen, was das ist? Ich dachte, der Avocado. Einer muss los jetzt. Ich denke mal, Sidney und ich werden uns so ein bisschen aufteilen, was wir machen. Die guten Köche halt, ne? Der Stream wird ein bisschen länger gehen, weil ich muss die Garnelen erst mal auf den Darm raus machen. Also das, was die fressen. Ja, die muss ich abmachen, ich muss den Kopf abmachen. Leute, auch einfach mal gerne mal einen Follow da lassen. Guck mal, Leute. Das allererste, was wir jetzt machen, ist lauwarmes Wasser in deinen Schalen. Man sieht halt nur dein Gesicht nicht. So sieht man unten auch mal nicht. Jetzt sieht man dich. Noch hier vielleicht. Wir müssen weiter weg. So sieht man gut. Also, komm ran hier. Du... Ich schneide jetzt alles durch die Schkette und so. Also, ich fange jetzt an. Das allererste, was ich anfange, ist, die Garnelen in lauwarmes Wasser zu machen, damit die auftauchen. So mäßig. Allerwichtigste ist eigentlich wirklich, ich muss auch den Kopf entfernen. Weil ich hab so argentinische Wildfangen. Das sind die Männer. Das sind die Männer. Guter Mann. Normalerweise, Leute, ich benutze so Gewürze und Sachen, die ich reinmache. Die sind halt nicht die normalen Zutaten, sag ich jetzt mal. Also, wenn du zu einem Italiener gehst, würdest du kein Italiener nur Burschetta mit Koriander machen. Mein Vater irgendwie wegen dieser arabischen Küche, diese orientalische Küche. Er hat so Freestyle gemacht und sowas. Und von daher machen wir dann auf Burschetta Koriander. Urteig nicht. Probiert es und dann können wir darüber diskutieren. Die Scampis tauchen jetzt auf. Die können wir erstmal wegpacken. Die können wir erstmal wegpacken. Nur können wir wegpacken. Lo Baguette. Ja, Tomo. Bisschen, bisschen schräg halten. Bisschen schräg halten. Besser aus, genau. Achso, was haben wir alles? Sahne, Tomaten, kleine Tomaten. Schalotten, Knoblauch. Ich schwöre, ich glaube, es ist alles das teuerste. Mazzetti, cremosso. Balsamico, crema. Aber wenn es so ein bisschen fett ist. Balsamico, crema. Nicht normaler Balsamico, Balsamico, crema. Honig. Zeige ich euch später, warum. Was ist das? Speisestärke für die Sahnesoße später. Bisschen, damit wir es fester machen. Koriander, genau. Zitmich da jetzt schon das Brot. Sieht immer stark aus, muss ich eigentlich sagen. Scampis tauchen gerade auf. Um die kümmer ich mich allein nochmal. Weil ich muss den Kopf abmachen und den Darm rausholen. Das ist ein bisschen nervig. Sieht so schwer aus, ich weiß. Aber bei mir ist es für mich nicht schwer mittlerweile. Nein, er hat geschnitten. Ich höre, er hat sehr gut geschnitten, oder? Sieht so gut aus? Wirklich, sehr, sehr so schrägmäßig. So, Brot haben wir. Das ist einfach so, dass jemand, der gar keine Ahnung verkocht hat, würde sogar Schneiden falsch machen. Das Allerwichtigste in der Küche ist... Sauber machen, während man kocht. Bravo. Immer sauber machen, weil es ist sonst für euch nervig. Das Wichtigste. Es soll ja gar nicht so rüberkommen, dass ich Ihnen hier so Anweisungen gebe. Es ist... In der Küche... Wir kommen zu uns rüber. Muss es. In der Küche muss es ein Zusammenspiel sein. Die Tomaten werden jetzt ganz klein geschnitten. Also wirklich klein gehackt. Muss wirklich schon fein sein. Ich bin genau so. Echt? Ja. Ich hätte mein Brett nicht mitnehmen müssen. Der Junge hat ja nur ein Brett. Ja, ich koche halt nur für mich. Da brauche ich nicht so viele Sachen, dass ich mehrere Brotter brauche. Ich habe auch immer eine Antwort parat. Ich schwöre es dir. Immer beim Schneiden, Leute. Passt auf. Ihr müsst die Dings da so machen, damit ihr euch geschneidet. Weil da kommt das Messer an den Stand ran. Nein. Nein. Danke, Juni. Komm mal, Juni Ehrenmann. Juni. Juni. Auch mal was sagen. Was soll ich sagen? Wir haben einfach mal die Champignons gekauft. Ich bin nicht da raus in die Kälte und habe sie geholt. Stark. Juni stark. Wie gesagt, schön klein schneiden die Schrott. Hast du einen Stamper hier? Nein, oder? Für Knoblauch? Nein, oder? Hast du eine Presse? Wollen wir mal vier oder drei Knoblauch sehen? Die Zwiebeln sind fertig für Fruschetta. Wie gesagt, die Chalotten sind sehr klein geschnitten. Würfelmäßig. Oh, meine Augen. Ich kümmere mich jetzt um die Tomaten. Wir nehmen gerade den Knoblauch. Wir müssen auch vielleicht die Kanäle machen. Es ist kein Problem, wenn ihr mit den Händen arbeitet. In arabischen Ländern und in Afrika, esst man sogar mit Händen Essen. Ja, natürlich mit Afrika. Nee, aber das ist ein Big Facts. Hattest du auch mal Rabenschänder gesagt? Da sind wir ja so wieder stichelt von hinten. Ich war ja immer stichelt. Ich war fast gegen Afrikaner oder so. So, jetzt scheinen wir die Tomaten. Zwiebeln haben wir wie gesagt. Fertig. Du machst einmal in die Mitte. Ganz easy, Wallah. Glaubt es mir. Glaubt es mir. Glaubt es mir. Falls jemand von euch da draußen alleine kommt. Denn die wollte eine Frau beeindrucken. Wallahi. Koch die für sie. Und heute ist eine Massagebank. Mit Marik. Was noch? Öl, Öl. Und ausgesehen. Ja, auf jeden Fall Leute. Wenn ihr kochen könnt. Frauen lieben das. Ich schwöre. Das ist auch irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Es kommt auch irgendwie erwachsen. Es ist wirklich so, dass ihr dann so denken so. Guck mal, der kann kochen. Das ist sowas cooles. Und es ist nicht schwer. Es ist einfach nur ein bisschen. Ihr könnt sogar mit Rezept kochen. Ich mache aus dem Kopf. Aber auch nicht alles. Ich kann ja nicht viele Sachen. Aber jetzt kommen die Scampis, Habibi. Pascha. Ja, schieb doch einen Zentimeter Post hin. Dann sieht man nicht mehr so gut. Jetzt sind die Scampis fällig. Tomaten zu ihm sind fertig. Die können wir zu weit kriegen. Ich sage euch, normalerweise, er sagt oft, er mag mehr Petersilie drin. Aber ich bin der Meinung, Koriander gibt nochmal einen ganz anderen Flavor. Ich schwöre. Das ist jetzt einfach tiefgefrorene Koriander. Das ist kein Problem. Das ist nicht schön. Das ist kein Knoblauch drin. So, da wird der keine Knoblauch besser zu Hause, Junge. Da muss ich die Knoblauch jetzt noch ganz kurz, ganz schnell. Stark, Paula. Ich weiß. Das machst du zum ersten Mal. Tu dich so. Ich schneide das erste Mal. Oh mein Gott. So Leute. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen. Ich mache jetzt, wie gesagt, Koriander rein. Wir haben jetzt Tomaten, Knoblauch und Schalotten. Ich mache jetzt noch Koriander mit rein. Wie gesagt, es ist egal, ob tiefgefroren oder Licht. Es ist echt egal. Wie gesagt, könnt ihr aber auch mit Petersilie machen. Normales Petersilie. Ich glaube, vielen schmeckt Koriander nicht. Aber meine Jungs müssen da halt durch. Dann machen wir Olivenöl nach Gefühl. Balsamico Creme. Ich habe Mazzetti. Cremoso. Cremoso. Und Geheimtipp. Beliebt. Honig. Aber auch nicht viel. Aufpassen. Das ist ja geheim. Ich lebe bei Samico halt. Ah, Pfeffer und Salz voll vergessen. Pfeffer und Salz natürlich. Welcher Mensch benutzt Pfeffer? Es bringt nichts. Es ist ein Schaf. Der macht nichts. Eigentlich mal Pfeffer. Salz super. Salz bringt was. Was soll Pfeffer bringen? Also Bruder, wenn er jetzt nicht sagt, war Koriander halt. Ist Geschmackssache. Ja, für mich, wie gesagt, ist super. Ne? Sag mal was. Ja, blöd natürlich. Bruder, komm mal. Komm mal, Juni, probier. Jawoll, komm ich. Juni. Juni. Kommt das so ran wie in Marbea? Probier, Bruder. Tag ehrlich. Und sie sind ja nicht mal warm. So, Bruder. Yes, Alter. Yes, Alter. Ja, das ist schock. Ja, das ist schock. Guck mir an, da kriegt noch mal ein anderer Dingser, nicht? Oder? Die Brüschkette da, guck mal. Ist fertig. Jetzt kommt so ein bisschen der ekligere, ekligere Part. Hier müsst ihr halt den Kopf abschneiden, weil ich hab den ohne Dingser geholt. Dann schneide ich hier oben rein. Der hab ich angekackt. Super Schrimp gegessen in L.A. Bei Babagam. So sieht dann eine, eine Schrimp. Ah, der ist schon fertig. Der Darm ist eigentlich hier oben drin. Der Darm ist eigentlich hier oben, den musst du so rausziehen. Vom Anfang. Da ist der Darm, das Schwarze dann. So. Sauber, schön fertig gepult. Das ist eine schöne Ganele. Ein nackiger Schrimp. Das ist eine schöne Ganele. Brüschkette. Wir machen Scampi Sahnesauce mit Spaghetti und Brüschkette als Vorspeisemäßig. Oder für daneben. So, die machen wir gleich in den Ofen. Tomaten brauchen wir nicht jetzt. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen Swiebel. Wir brauchen Swiebel. Wir brauchen Swiebel. Nimm auf deine Schüssel, Brüschkette. Nimm auf deine Schüssel. Mach die Hälfte davon in eine Schüssel rein. Und mach einen Esslöffel von dem dort rein. Damit die Soße am Ende fester ist. Bravo. Konsistenz. Dremiger. 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 Dremiger muss sehr lange kochen. Sonst dauert es echt, bis die Soße auch wirklich so fest ist, sag ich jetzt mal. Was er kocht, wir können anfangen mit der Soße. Öl zum Braten und Butter. Beides. Weil wenn du nur Butter rein machst, was passiert dann Sidney? Da brennt. Ja. Nehm ich an die Antwort. Nehm ich an die Antwort. Ganz kurz Zwiebeln am Braten. Nur Zwiebeln erstmal. Wenn ihr diesen Geruch gerade riechen könnt, ihr dieses, was in eure Nase rein zieht. Wow. So, Knoblauch und Zwiebeln. Bravo. So. Jetzt die Garnelen rein. Garnelen, ey. Wie er jetzt so tut, als würde er kochen. Ekelhaft. Diese Aromen. Zwiebeln, Knoblauch, Scápis, Argentinien. Argentinische Scápis. Wow. Wow. Die Scápis sind noch nicht durch, aber die sind jetzt noch in der Soße oder was gleich. So, jetzt kommt die Sahne dazu. Nachsalzen. Leute, nachsalzen könnt ihr immer. Von daher macht lieber nicht zu viel rein. Besser. Ah, die Orange und die Zitrone bitte. Honig, Honig. Einen Teelöffel. Orange bitte. Mein Bruderherz. Einmal schneiden. Orange. Glaubt mir. Bisschen Zitrone, aber nicht viel. Einen Schuss. Geheimtis hat es auch so ein. Die sagen leider wird es respektlos. Macht es. Probiert es. Wir sind jetzt hier vier Freunde, die es gleich probieren werden. Und dann werden wir sehen, ob es schmeckt oder nicht. 100 Prozent. Komm her, probieren wir mit der Soße. So Leute, die Soße ist eigentlich fertig. Was mache ich jetzt mit dem Topf? Ein bisschen Butter rein, damit es fluffig wird. Oh Butter, man. Zwei Gläser Schneider. Ein bisschen Butter rein für die Nudeln. Dass sie auch dauernd nicht fest kleben bleiben. Das ist aber auch alles nur die Rezepte für die, welche nicht fett werden wollen. So wie wir halt hier. Weil wir wie Italianos machen, machen wir jetzt Nudeln in die Soße rein. So Leute. Jetzt sehen die Nudeln stark aus. So Leute. Die Nudeln sind eigentlich fertig. Bocchetta, Bocchetta. Macht der gut. Macht der gut, der Mann. Danke, mach ich nicht zum ersten Mal tatsächlich. Oeuf, Butter. Oh mein Gott. Baby Leppano, Aioli drunter schmieren und dann... Das haben wir immer BR gemacht, aber das kannst du auch am Brot drauf machen. Mehr Fett geht nicht. Boah, Digga, zeig mal. Geil. Das sind die fertigen Scampis hier. Scampi Nudeln mit Sahne. Meines Erachtens sehen die super aus. Aber natürlich ohne Scampi. Ohne Scampi. Die lasse ich für euch. Natürlich. Was fehlt noch? Eine Eisgräbchen. Bocchetta, Bocchetta. Von dem Mund, ne. Ich will den Mund nehmen. Leider ist der Ton vom Stream verloren gegangen. Die Jungs haben das Essen probiert und bewertet. Lasst ein Like und ein Abo da. Danke fürs Einschalten. Chopper. When the fooled. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.